Herzlich Willkommen zu MusoTalk, dem Music & Sound Production Podcast aus Berlin. Hallo und herzlich Willkommen zum Workshop Digital DJing mit Ableton Live. Mein Name ist Maja Kunzvedo-Sternel, ich bin Ableton Certified Trainer und Dozentin am Jujo Sonic Music Institute. In der heutigen Folge geht es darum, wie du deinen DJ-Mix aufzeichnen kannst. DJ-Demos sind ein wichtiges Promotion-Tool, was du brauchst, um bekannter zu werden, um auch Gigs in Clubs zu bekommen oder einfach für Radiosendungen, um dich irgendwo mit zu bewerben. Aber auch deine Freunde freuen sich in der Regel immer über ein Tape von dir, beziehungsweise eine CD heutzutage natürlich. Um in Live ein Demo aufzunehmen, musst du in den Arrangement View kommen. Im Moment sind wir ja noch im Session View, das ist die Ansicht, die wir bis jetzt immer hatten, wo wir unsere ganzen Songs ablegen und unsere musikalischen Klangbausteinchen, um ein Mix zu basteln. Wenn wir den Mix aufnehmen wollen, müssen wir aber einmal umschalten in den Arrangement View. Das ist hier oben. Hier in der Ecke ist der Schalter. Einmal draufklicken. Und ihr seht, die Oberfläche hat sich geändert. Jetzt geht es nicht mehr von oben nach unten, sondern von links nach rechts. Die Spuren, die ihr hier seht, entsprechen den Spuren, die ihr in der Session View schon hattet. Zurück umschalten ist hier auch in der Ecke. Also hier wieder hoch. Ihr habt hier einmal Spur Audio 1, MIDI 2. Ich schalte nochmal zurück. Hier habt ihr auch Audio 1, MIDI 2. Wenn ich jetzt hier die Spur beschrifte, Track 1 und Track 2, nochmal umschalte. Analog dazu, seht ihr, hat sich hier auch die Beschriftung geändert. Das heißt, die beiden Spuren hängen unmittelbar mit der Spur vorne zusammen. Wenn ich vorne was ändere, ändert sich das hier auch. Ich habe hier, ich mache mal die Ansicht raus, die wir nicht brauchen. Im Grunde brauchen wir erstmal nur die Mixer-Ansicht. Hier unten in der Ecke kann man das ja alles an- und ausstellen. Also nur M für Mixer an. Gehe hier nochmal zurück. Ich habe hier auch diese Symbole. Die ihr hier seht. Die anzeigen, ob da irgendwas stattfindet. Ein Ausschlag, also ein Track läuft. Das sind dieselben, die ich auch hier habe. Auch das ist miteinander. Intern verbunden. Wenn ich jetzt hier Mixer anschalte, also hier unten, seht ihr, geht hier auch meine Mix-Sektion auf. Hier ist der An- und Ausschalter. Also um die Track anzumuten oder nicht. Hier kann ich vorhören, beziehungsweise auf Solo schalten, je nachdem. Und hier ist mein Rekord-Schalter. Jetzt kann ich hier noch mehr Optionen einstellen, wenn ich möchte. Ich kann auch hier in Out einstellen, wenn ich den Track dann aufklappe, sehe ich auch alles noch genauer. Also External-In habe ich jetzt hier gestellt, da könnte ich auch was anderes reinstellen. Brauche ich ja nicht beim Auflegen, deswegen kann ich es einfach wieder zuklappen. Ich wollte es nur einmal zeigen. Alles, was vorne zu sehen ist, ist im Grunde auch in der Arrangement-View hier zu sehen. Wenn ich jetzt vorne was ändere, also in der Session-View, meinetwegen die Lautstärke. Ich kann das hier im Übrigen hochziehen. Dann kann ich hier auch dezidierter sehen, was meine Pegelanzeige sagt. Ihr seht, die stand eben bei 0 dB. Wenn ich sie runterziehe, ändert sie sich auf jetzt minus 8,3. Wenn ich jetzt umschalte, auch hier minus 8,3. Das heißt, was ich vorne tue, hat auch Auswirkungen auf meine Anzeige hier. Jetzt wollen wir mal sehen, wie wir damit aufnehmen können. Erstmal müssen wir natürlich wieder zurück unser DJ-Set abladen. Die Spuren, die wir einfach vorbereitet haben, die wir jetzt beispielsweise mal aufnehmen. Das Aufnehmen ist relativ einfach. Ich muss hier nur den Rekord, bevor ich den Rekord-Schalter hier oben betätige, drücke ich zweimal auf die Stopp-Taste. Hier oben. Seht ihr sie? Zweimal. Dann wird hier auch eine 1 draus. Gehe wieder zurück in meinem Transportfenster. Jetzt bin ich auf Anfang und jetzt kann ich im Prinzip aufnehmen. Vorweg nochmal kurz was zum Aufnehmen. Wenn du jetzt aufnimmst und mixt, würde ich empfehlen, einfach in einem durchzumixen oder einen großen Part zu mixen. Alles, wo du vielleicht sagst, das ist noch nicht so, wie du es gerne hättest oder du hast dich vermixt, kannst du hinterher korrigieren. Es ist in der Regel einfacher, im Flow erstmal was durchzumixen als immer hier ein Song, da ein Song und dann kommst du nicht in die Stimmung rein und verfolgst jedes Mal wieder eine neue, wenn du abbrichst, weil einfach so viel Zeit vergeht. Deswegen erstmal aufnehmen alles. Was einem nicht gefällt, kann man nachher einfach rausschneiden oder korrigieren. Ich zeige das alles noch, aber so als Idee würde ich immer erstmal aufnehmen und dann die besten Teile behalten und zusammensetzen. Oder ihr seid gleich so perfekt und sagt, super, es ist genauso, wie ich das haben wollte, so kann es bleiben in der Regel, aber ist es so oft so, dass man dann, gerade wenn man noch nicht so viel Erfahrung hat, so ein bisschen ausprobieren muss. Und dazu ist es da. Es ist eine wunderbare Gelegenheit, mal live mixen zu üben, weil es ist einfach was anderes, wenn ich einen Rekord-Schalter laufen habe und da versuche dann ein möglichst perfektes DJ-Set zu machen, als wenn ich jetzt vor mich so ein bisschen ausprobiere und mal gucke, wie klingt dies, wie klingt das und mich dann in allen möglichen Sachen verliere. Du lädst dir jetzt also dein Setup hoch, was du vorbereitet hast und bevor du aufnimmst, überprüfst du einmal deine Einstellung, weil du weißt ja nie, wie es vom letzten Mal übrig geblieben ist. Jetzt brauchst du natürlich den Kopfhörer, also solltest du auch den Kopfhörerausgang hier in Out auf 3, 4 gelegt haben und Optionen Vorhörmodus ist an. Gut, du siehst auch schon, Kopfhörer-Symbole sind da. Hier laut Kopfhörer-Symbol ist auch an, dass du dann auch vorhören kannst, wenn du dir einen Track raussuchst, dass er dann hier sozusagen schon erscheint und zum Abhören bereit liegt. Dann hast du ja auch eine Idee, womit du anfangen möchtest. Da du ja reinmixen willst, gibt es immer zwei Möglichkeiten, entweder mit dem Crossfader A und B oder aber mit den Kanalfeldern. Du solltest gucken, dass sie so ungefähr da stehen, wo du sie gerne hättest. Und wenn du soweit bist, drückst du zweimal hier oben auf die Stopp-Taste. Im Moment ist unsere Zweckanzeige irgendwie bei 24 Takten hängen geblieben. Wenn ich jetzt aufnehmen würde, würde sie auch bei 24 Takten einsetzen. Das will ich aber gar nicht, ich will den Mixer von vorne aufnehmen. Also soll es auf 1 stehen, zweimal hier drauf klicken und wir sind wieder bei der 1. Um jetzt den Mix zu starten, aktivieren wir die Aufnahmefunktion. Der Button wird rot. Und jetzt müssen wir im Grunde nur noch den Track, also in dem Moment, wo wir einen Song starten, fängt auch die Aufnahme an. Hier habt ihr so ein Übersichtsfenster, da wirst du gleich sehen, wenn was läuft, läuft hier in Balken mit. Das ist im Grunde eine Vorschau von der anderen Ansicht, von der Arrangement-Ansicht, wo du sehen kannst, ob du was aufnimmst und wo du gerade aufnimmst. Ich mache jetzt mal ein kleines Aufnahmebeispiel. In-Out kann ich ausstellen, brauche ich nicht, brauche ich eigentlich nur den Mixer, den Crossfader. Meine Kopfhörer-Lautstärke ist mir ein bisschen zu heftig eingestellt, das kann man auch weniger machen und damit man das besser sieht, versuche ich es noch mal ein bisschen größer zu machen. Okay, ich starte jetzt einfach mal meinen ersten Track hier und zeichne das alles auf. Ich klappe dazu das hier auch mal ein. Das mache ich jetzt für eine Bringt das was mit der Ansicht? Ne, bringt das nichts. Wir starten jetzt los. Aufnahme läuft. Erster Track auch. Hier seht ihr, dass die Aufnahme wirklich am Start ist. Erster Track auch.